Bhagavad-Gita, Vers 2.13 Wie die verkörperte Seele fortwährend in diesem Körper von Kindheit zu Jugend und zu Alter wandert, so geht sie auch beim Tode in einen anderen Körper ein. Die selbstverwirklichte Seele wird von einem solchen Wechsel nicht verwirrt. Erklärung Da jedes Lebewesen eine individuelle Seele ist, wechselt es seinen Körper in jedem Augenblick und manifestiert sich manchmal als Kind, manchmal als Jugendlicher und manchmal als alter Mann. Dennoch ist die gleiche Seele vorhanden, denn sie ist keinem Wandel unterworfen. Diese individuelle Seele wechselt den Körper zum Zeitpunkt des Todes endgültig und geht in einen anderen Körper ein. Da sie mit Sicherheit bei der nächsten Geburt einen anderen Körper hält, entweder einen materiellen oder einen spirituellen, gab es für Arjuna keinen Grund, den Tod zu beklagen. Auch den Tod Bishmas oder Thronas nicht, über die er sich so viele Gedanken machte. Vielmehr sollte er sich darüber freuen, dass sie ihre alten Körper gegen neue tauschen und dadurch ihre Energie erneuern würden. Solche Wechsel des Körpers, die sich entsprechend unserer Handlungsweise im Leben vollziehen, bestimmen die vielfältigen Freuden oder Leiden des Lebewesens. Da Bishma und Throna edle Seelen waren, würden sie sicherlich in ihrem nächsten Leben entweder spirituelle Körper oder zumindest ein Leben in himmlischen Körpern erhalten, in denen ein höherer Genuss des materiellen Daseins möglich wäre. In beiden Fällen gab es also keinen Grund zu klagen. Jeder Mensch, der vollkommenes Wissen über die Beschaffenheit der individuellen Seele, der Überseele und der materiellen wie auch der spirituellen Natur besitzt, wird Dira, ein höchst besonnener Mensch, genannt. Ein solcher Mensch wird niemals durch den Wechsel der Körper ihrer geführt. Die Mayavadi-Theorie, nach der es nur eine Seele gibt, kann nicht damit begründet werden, dass die Seele nicht in fragmentarische Teile zerlegt werden kann und dass ein solches Zerlegen in verschiedene individuelle Seelen den höchsten teilbar und wandelbar machen würde, was dem Prinzip widerspreche, dass die höchste Seele unwandelbar ist. Wie in der Gita bestätigt wird, existieren die fragmentarischen Teile des Höchsten ewiglich, Sanatana, und werden Kshara genannt, was bedeutet, dass sie die Neigung haben, in die materielle Natur herunterzufallen. Diese fragmentarischen Teile sind ewiglich so beschaffen und selbst nach ihrer Befreiung bleibt die individuelle Seele das gleiche fragmentarische Teil. Aber einmal befreit lebt sie zusammen mit dem höchsten persönlichen Gott ein ewiges Leben voller Glückseligkeit und Wissen. Am Beispiel der Reflexion kann man die Überseele verstehen, die als Paramatmer vom individuellen Lebewesen verschieden in jedem einzelnen individuellen Körper anwesend ist. Wenn der Nachthimmel im Wasser reflektiert wird, sind in der Spiegelung sowohl der Mond als auch die Sterne zu sehen. Die Sterne können mit dem Lebewesen verglichen werden und der Mond mit dem höchsten Herrn. Die individuelle, fragmentarische Seele wird von Arjuna repräsentiert und die höchste Seele von Shri Krishna, dem höchsten persönlichen Gott. Wie zu Beginn des vierten Kapitels deutlich wird, befinden sie sich nicht auf der gleichen Ebene. Wenn sich Arjuna auf der gleichen Ebene wie Krishna befände und Krishna nicht über Arjuna stände, würde ihre Beziehung als Lehrer und Schüler ihre Bedeutung verlieren. Wenn sie beide durch die illusionierende Energie, Maya, irregeführt wären, würde es nicht notwendig sein, dass der eine der Lehrer und der andere der Schüler ist. Solche Unterweisungen wären nutzlos, da niemand, der sich in der Gewalt Mayas befindet, ein maßgebender Lehrer sein kann. Hier wird erklärt, dass sich Shri Krishna, der höchste Herr, in einer höheren Position befindet als das Lebewesen Arjuna, einer von Maya irregeführten, illusionierten Seele.